Warum forschen wir? Warum wollen wir wissen? Was ist es, das uns immer weiter treibt? Wir wollen Menschen helfen, neue Wege in der Medizin finden, Diabetes heilen, Krankheiten besiegen. Was wir tun, tun wir nicht für uns selbst. Wir tun es für die Gesellschaft. Wir gehen viele Wege, damit unsere Forschung bei den Menschen ankommt. Wissen schafft Gesundheit. Wir treffen Persönlichkeiten aus Politik, Industrie und Wissenschaft, um Gesundheitsfragen zu erörtern und Forschungsergebnisse vorzustellen. Wir informieren die Gesellschaft auf zahlreichen Kanälen über unsere bahnbrechenden Lösungen für die Gesundheit aller. Mit unseren Gesundheitsportalen bieten wir aktuelles und fundiertes Wissen für jedes Alter. Brücken bauen aus der Forschung in die Gesellschaft. Damit unsere Vision wahr werden kann. Eine gesündere Zukunft für alle.